Das ist eigentlich eine sehr gute Frage, weil ich zufällig auch die Antwort dazu weiß. Normalerweise muss man ja das abwarten, bis die einfach verschwindet, aber es können auch manchmal Monate vergehen, bis das wirklich verschwindet. Und im Internet findet man jetzt auch nicht so funktionierende Lösungen. Aber ich selber habe damit auch Erfahrungen gemacht und habe auch dazu Feedbacks bekommen, dass das zu funktionieren scheint. Und zwar verwende ich, wenn mal eine Media auftritt, den Dr. Peel. Denn der kann, wenn man den eben täglich anwendet, die Hautschichten über der Media eben gut entfernen, sodass die wieder verschwindet. Ich bin eigentlich gar nicht selber drauf gekommen. Ich habe dazu mal ein Feedback eben bekommen und habe es dann ausprobiert und habe es bereits auch mehrmals weitergegeben und es scheint zu funktionieren. Daher kann ich dir den Dr. Peel sehr empfehlen, wenn du mal sowas hast. Und generell hilft er eben auch sehr gut gegen Mitesser und verfeinert die Porren, sodass sie richtig schön weich sind. Dann hält auch das Make-up besser und man kann auch mal irgendwie sich von Nahen ansehen. Und ja, es sieht einfach schön aus, das Hautbild.